Willkommen zu The Outtakers und heute habe ich einen Gast, der mir sehr wichtig ist, die hochverehrte Eva Habermann. Herzlich willkommen. Ja, The Outtakers ist ja einfach eine Abfolge von Zungenbrechern. Fisch als Fritze, Fisch als Frisch, das hat jeder schon mal gehört. Und wir hatten sehr viel Spaß schon hier gehabt mit meinem Team und haben gesagt, das weiten wir mal aus. Wir wollen ja Spaß haben dazu und haben uns das ausgedacht. Wir haben hier einen Haufen Kärtchen. Auf der Rückseite sind halt eben sogenannte Zungenbrecher und abwechselweise ziehen wir eine Karte, lesen sie kurz vor und der andere oder die andere muss dann das Ganze möglichst fehlerfrei wiederholen. Wird nicht hinhauen, aber genau darum geht es ja auch. Achso, da muss man sich aber auch gleichzeitig noch den Text merken. Das ist gar nicht so einfach. Genau. Na gut. Genau. Und ich hoffe darauf, dass du dich so richtig schön verhaspelst. Na ja, schön. Magst du anfangen? Äh, ja. Okay. Dann musst ja du quasi dann. Dann fange ich einfach mal an, damit du dann schon mal ein bisschen in Stimmung kommst. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier einmal den Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Die Sendung ist schon jugendfrei, oder? So ab 16 oder nicht? Ich weiß ja nicht. Kommt darauf an, welchen Blick du dabei hörst. Okay. Ich denke jetzt ganz harmlos. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Versuch's mal. Es klingt immer noch irgendwie zweideutsig. Es ist irgendwie so ein bisschen... Na ja, gut. Okay. Ich versuch's mal. Ja. Ludwig Leckermann leckt... Nein. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Genau. Ich glaube, das war jetzt noch jugendfrei. Das war jetzt noch jugendfrei. Das geht schneller noch. Okay. Ich versuch's mal nicht jugendfrei. Ludwig Leckermann leckt... Nein, nein, nein. Das leckt kommt später. Aus Nack. Nein, aus Nack. Aus Nack. Ich denke immer an Nack. Ja, ja. Ich denke auch immer an Nack dabei, aber wir denken jetzt ganz harmlos. Wir denken jetzt ganz harmlos. Der kommt aus Nack am Leck. Der kommt aus Nack am Leck. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Nochmal. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Ach, geht doch. Ja, sehr gut. Das geht doch prima. Jetzt bin ich dran. Jetzt du. Willst du da einen aussuchen? Ja, ich weiß es nicht. Ne, such du einen aus, sonst denken die, das ist hier gefälscht. Okay. Der ist ganz kurz. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Aha. Er sollte es, außer das Auto ist kaputt. Ich hoffe, ja. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Nein. Bremst? Nein, warte, warte, warte. Das war doch eigentlich gerade schon ganz gut. Ich wollte nur dann angeben. Sobald ich angeben will, geht alles sehr viel schlechter. Okay, mach mal. Also, wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Okay, nochmal. Es ist wirklich, man muss sich darauf konzentrieren. Ich muss es mir einfach nur vorstellen. Das mache ich auch immer so, wenn ich schwierige Texte habe. Immer vorstellen. Also, wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Ja, geht doch. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz-Bremslicht. Ja, ist doch gar nicht so schwierig. Ja, genau. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz-Bremslicht. Dann los. Ja, so geht es doch. Du bist dran. Genau, warte. Mal sehen, ob ich das auch nochmal kann. Okay, ja. Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht Opa Rotkohl. Rosenkohl, Rotkohl. Ja, das war eine sehr pupsige Nacht. Opa kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Aber doch Opa kocht Oma Rosenkohl und Oma kocht Opa Rotkohl. Genau. Okay, Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Oma kocht Opa Rosenkohl und Opa kocht Oma Rotkohl. Ha. Ja, also einmal verdreht, aber ist ja egal, wer es ist, was ist oder wer das macht oder so, ist ja wurscht. Okay, dann ziehe ich jetzt, ich nehme den ganz untersten. Mal gucken. Ja, alles klar. Oh, politisch. Politisch? Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Was für ein Kraut? Was für ein Kraut? Schwarzkraut. Ja, das ist aber harmlos. Ich denke schon wieder anders. Ist das nicht das Ding, was man anzündet? Ach, du meinst. Ja, genau. Das macht die nämlich so zum Chillen dann irgendwie. Okay, nein. Ja, aber ein bisschen chillen können sie schon. Ja, genau, genau. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Genau. Ist das so? Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Stimmt, das ist jetzt gerade so. Ja, wieso? Bei der Bundeswehr-Tagung. Ja. Ja, Leute. Alles Quatsch. Komm, wir machen gleich noch einen. Der war jetzt ein bisschen leicht für mich. Ah, okay. Ja, der ist eine Hausnummer höher. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Papp-Plakat. Das sind echt vier Pässe. Was ist denn überhaupt ein klappbares Papp-Plakat? Ja, das ist Armin Laschet, weil er sich zur Wahl gestellt hat. Ach so, die meinst du, aber man muss es ja klappen. Also sozusagen auf Holz. Damit sie ins Auto passen, klappt man die zusammen, klappt die auf am Laternpfeil. Verstehe. Die sind jetzt weg. Ja, ja, ich weiß. Armin, wir haben dich lieb. Der plappernde Kaplan-Klapp. Ah, ja. Ah, verstehe. Der plappernde Kaplan-Klapp. Plant. Ah, ja. Plant. Er plant das alles erst. Okay. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Papp-Plakat. Okay, nochmal. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein pappbares Pappbares Klapp-Plakat. Papp-Papp. Ja, ja. Ja, ja. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Also, dieser Kaplan, okay, man kann es ja auch leichter sagen. Nein. Der plappernde Klapp... Klappan. Der klappernde Paplan. Ja, genau. Pavian. Nein. Der klappernde Kaplan. Nein! Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Papp-Plakat. Papp-Plakat. Genau. Genau. Der klappernde Kaplan... Nein, der klappt ja nicht, außer er ist schon ein bisschen älter. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein Papp... Noch einmal. Der klappernde... Hilfe! Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Papp-Plakat. Hervorragend. Ich könnte es kaum schlechter. Ja. Na gut, jetzt bist du nochmal dran. Jetzt muss ich nochmal. Okay. Na ja, warte mal. Das ist irgendwie total dämlich. Ah, ja. Okay. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen-Tee steht auf einem chinesischen Tischchen. Oh, warte. Ein zischend... Ein zischend heißes Tässchen-Tee? Nein, ein zischend heißes chinesisches Tässchen-Tee. Ach. Ein zischend heißes... Heißes. Ja. Ein zischend heißes chinesisches Täss... Täss... Tässchen? Ein zischend heißes chinesisches Tässchen-Tee steht auf... Einem... Auf einem... Chinesischen. Auf einem chinesischen Tischchen. Ja. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen-Tee steht auf einem chinesischen Tischchen. Ja. Ja, sehr gut. Das ist doch toll. Kleinkram. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Sag mal. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Sag mal. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen mit den Rüschchen. Genau. Jetzt gib mir doch mal bitte das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Das ist auch ein Sprechvers. Ja, das muss man üben halt. Ja. Komm, gib mir noch einen. Einen machen wir noch. Genau, einen machen. Peter packt pausenlos prima Picknick-Pakete für das Picknick von Nick und Paula. Ja. Peter packt pausenlos prima Picknick-Pakete für das Picknick von Nick und Paula. Ja. Peter packt pausenlos prima Picknick-Pakete für das Picknick von Nick und Paula. Der war einfach. Der ist auch nicht schwierig. Komm, gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Uh. Ja. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte Zwetschgen. Soll ich das so sagen, wie du es gesagt hast? Oder ist es so? Versuch es mal richtig. Okay. Also, ich mache es jetzt wieder so. Ich visualisiere es einfach. 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschgen. Selbst wenn man es visualisiert, geht es nicht. Warte mal. Ich sehe im Kopf nur Flaumen. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Mein Zunge ist schon so verknotet. Warte mal. Also, 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschgen. Weißt du, es liegt an diesem 40, was auf einmal reinkommt. Du musst was trinken. Nein. 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte Zwetschgen. Ja, es klingt immer so einfach, aber es ist gar nicht so einfach. Ich habe noch einen kleinen für dich, den kann ich auch auswendig, aus dem Sprechunterricht natürlich. Also, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Also einmal ist der Postkutscher aus Potsdamberg und einmal der aus Cottbus. Okay, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutscher? Ach so, den Cottbusser Kotzposten. Den Kotzposten? Der Kotzposten. Der wird gar nicht mehr geputzt. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Du hast dich ein bisschen da reingelegt, weil du hast eine Sache umgedreht. Okay, nochmal. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Soweit klar. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Genau. Sehr gut. So läuft das der Weg. Mein Gott. Meine Fresse. Den Rest wollen wir gar nicht machen. Ich möchte noch einen zum Besten geben. Aber den habe ich wirklich geübt. Eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame... Nochmal. Also, eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame den dicken Diener, ob der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trägt. Da trug der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankte die dicke Dame dem dicken Diener, dass der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trug. Geil. Der Hammer. Yeah. Meinen Respekt. Dankeschön. Eva, es war mir eine Ehre und eine ganz große Freude, dich hier zu haben. Ich spende ja immer 100 Euro an Leute, Bedürftige, Familien. Hast du jemanden, denen du das Gutes tun möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne einen Verein, der auch ganz toll ist. Da mache ich auch selber bei Aktionen mit. Also ich moderiere zum Beispiel teilweise so Tombola-Abende. Der heißt Stiftung Kinderjahre. Der ist in Hamburg und die kümmern sich um sozial benachteiligte Kinder. Weil wir denken ja oft immer in Deutschland, ja, allen geht's gut. Aber das sind zum Beispiel Kinder, die haben dann keine vernünftigen Schuhe, um im Winter zur Schule zu gehen. Also denen fehlen einfach Winterstiefel und gehen sonst in Turnschuhen raus. Also es gibt da wirklich Bedarf. Oder wenn ein Kind aus einer ärmeren Familie halt wirklich begabt ist, dann bieten die Kurse an, wo man Geige spielen lernen kann. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und die begleite ich schon seit 15 Jahren. Also die sind echt toll. Und denen spende ich sehr gerne 100 Euro. Okay. Ja, unfassbar, dass Kinder Schwule brauchen oder Musikinstrumente. Ja. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Das war The Outtakers für diese Woche. Mein Gast war die wunderbare Eva Habermann. Und nicht vergessen... Abonniert die Scheiße! Willkommen zu The Outtakers und heute habe ich einen Gast, der mir sehr wichtig ist. Die hochverehrte Eva Habermann. Herzlich willkommen! Ja! Freut mich hier zu sein. Ja. The Outtakers ist ja einfach eine Abfolge von Zungenbrechern. Fischer ist Fritzel, Fisch Frischbrücher hat jeder schon mal irgendwie gehört. Ja. Und wir hatten sehr viel Spaß schon hier gehabt mit meinem Team und haben gesagt, das weiten wir mal aus. Wir wollen ja Spaß haben dazu. Und dann haben wir uns das ausgedacht. Wir haben hier einen Haufen Kärtchen. Ja. Auf der Rückseite sind halt eben sogenannte Zungenbrecher. Ja. Und abwechselweise ziehen wir eine Karte, lesen sie kurz vor und der andere oder die andere muss dann das Ganze möglichst fehlerfrei wiederholen. Wird nicht hinhauen, aber genau darum geht es ja auch. Achso, da muss man sich aber auch gleichzeitig noch den Text merken. Das ist gar nicht so einfach. Genau. Na gut. Genau. Und ich hoffe darauf, dass du dich so richtig schön verhaspelst. Na ja, schön. Magst du anfangen? Ja. Okay. Dann musst du ja du quasi dann. Dann fange ich einfach mal an, damit du dann schon mal ein bisschen in Stimmung kommst. Okay. Gut. Oh oh. Wir haben jetzt hier einmal den Ludwig Leckermann, nein, den Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Die Sendung ist schon jugendfrei, oder? So ab 16 oder nicht? Ich weiß nicht. Ach ja. Kommt darauf an, welchen Blick du dabei hast. Okay, ich denke jetzt ganz harmlos. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Versuch's mal. Es klingt immer noch irgendwie zweideutig. Das ist irgendwie so ein bisschen, naja gut, okay. Ich versuch's mal. Ludwig Leckermann leckt, nein, Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Genau. So. Komm noch mal schneller. Das war jetzt noch jugendfrei. Das geht schneller noch. Okay, ich versuch's mal nicht jugendfrei. Ludwig Leckermann leckt. Nein, nein, nein. Das leckt kommt später. Aus Nack. Nein, aus Nack. Aus Nack. Ich denke immer an Nackt. Ja, ja, ich denke auch immer an Nackt dabei. Aber wir denken jetzt ganz harmlos. Wir denken jetzt ganz harmlos. Der kommt aus Lack. Nein, der kommt aus Nack am Leck. Der kommt aus Nack am Leck. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Lollis. Nochmal. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Ach, geht doch. Ja, sehr gut. Das geht doch prima. Jetzt bin ich dran. Jetzt du. Willst du da einen aussuchen? Ja, ich weiß es nicht. Ne, such du einen aus. Sonst denken die, das ist hier gefälscht. Okay. Der ist ganz kurz. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Aha. Er sollte es, außer das Auto ist kaputt. Ich hoffe, ja. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Nein. Bremst? Nein, bitte, bitte, bitte. Das war doch eigentlich schon ganz gut. Ich wollte nur dann angeben. Sobald ich angeben will, geht alles sehr viel schlechter. Okay, noch mal. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz... Okay. Nochmal. Es ist wirklich... Man muss sich drauf konzentrieren. Ich muss mir einfach nur vorstellen. Das mache ich auch immer so, wenn ich schwierige Texte habe. Immer vorstellen. Also, wenn der Benz bremst, brennt das... Also jetzt geht gar nicht mehr so ein Scheiß. Wahnsinn, nochmal. Wenn der... Wenn der bremst. Wenn der Benz bremst. Wenn das Ding bremst, dann brennt halt irgendein Bremslicht. Das Ende ist eine A-Klasse. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Ja, geht doch. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz-Bremslicht. Ja, ist doch gar nicht so spielig. Ja, genau. Genau, wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz-Bremslicht. Dann los. Ja, so geht's doch. Du bist dran. Genau, warte. Mal sehen, ob ich das auch nochmal kann. Okay, ja. Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht Opa Rotkohl. Rosenkohl, Rotkohl. Ja, das war eine sehr pupsige Nacht. Opa... Nee, Omaflinger. Oma kocht Opa Kohl. Ja. Opa kocht Oma Kohl. Aber... Doch, ja. Opa kocht Oma Rosenkohl. Und Oma kocht Opa Rotkohl. Genau. Okay. Oma kocht Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Oma kocht Opa Rosenkohl. Und Opa kocht Oma Rotkohl. Ha! Ja, also einmal verdreht, aber ist ja egal. Wer es ist, was ist oder wer das macht oder so. Ist ja wurscht. Okay, dann ziehe ich jetzt... Ich nehme den ganz untersten. Mal gucken. Ja, alles klar. Oh, politisch. Politisch? Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Was für ein Kraut? Schwarzkraut. Ja, das ist aber harmlos. Ich denke schon wieder anders. Ist das nicht das Ding, das man anzündet? Ach, du meinst... Ja, genau. Das macht die nämlich so zum Chillen dann irgendwie. Okay, nein. Ja, aber ein bisschen chillen können sie schon halt eben in der Truppe. Ja, genau, genau. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Genau. Ist das so? Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Ich stelle das jetzt gerade so vor, wie sie... Ja, wie so. Bei der Bundeswehr-Tagung ist so... Ja, Leute, alles Quatsch. Komm, wir machen gleich noch einen. Einen, der war jetzt ein bisschen leicht für mich. Okay, ja, der ist eine Hausnummer höher. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Das sind echt vier Pässe. Was ist denn überhaupt ein klappbares Pappplakat? Das ist Armin Laschet, als er sich zur Wahl gestellt hat. Ach so, die meinst du, aber man muss es ja klappen. Also sozusagen auf Holz. Damit sie ins Auto passen, klappt man die zusammen, klappt die auf, ein Laternfall. Also die sind jetzt weg, aber... Ja, ja, ich weiß, ja, genau. Armin, wir haben dich nicht... Der plappernde Kaplan... Klapp. Ah ja, verstehe. Der plappernde Kaplan-Klapp... Plant? Ah ja, plant. Er plant das alles erst. Okay. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein... Klappbares... Ein plant ein klappbares Pappplakat. Okay, nochmal. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein pappbares... Pappbares Klappappat. Ja, ja, papp, 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 papp. Also, dieser Kaplan... Okay, man kann es ja auch leichter sagen. Nein. Der plappernde Klapp... Klappan. Der klappernde Paplan. Ja, so, ja, genau. Pavian. Nein. Der klappernde Kaplan... Nein! Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Pappplakat. Genau. Der klappernde Kaplan... Nein, der klappt ja nicht, außer er ist schon ein bisschen älter. Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein papp... Noch einmal. Der klappernde... Hilfe! Der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Hervorragend. Ich könnte es kaum schlechter. Ja. Na gut, jetzt bist du nochmal dran. Jetzt muss ich nochmal. Okay. Na, warte mal. Das ist irgendwie total dämlich. Ah, ja. Okay. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee steht auf einem chinesischen Tischchen. Oh, warte. Ein zischend heißes Tässchen Tee? Nein, ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee steht auf... Auf einem chinesischen... Auf einem chinesischen... Auf einem chinesischen Tischchen. Ja. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee steht auf einem chinesischen Tischchen. Ja. Puh, Piena. Ja, sehr gut. Das ist doch toll. Klein Kram. Gib mir bitte das Tischchen auf... Nee. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Gib mir bitte das Täsch... Nein, das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Sag mal. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen mit den Rüschchen. Genau. Jetzt gib mir doch mal bitte das Täschchen auf dem Tischchen das mit den Rüschchen. Das ist auch ein Sprechvers. Ja, das muss man üben halt. Ja. Komm. Gib mir noch einen. Komm, einen machen wir noch. Genau, einen machen wir noch. Peter packt pausenlos Prima-Picknick-Pakete für das Picknick von Nick und Paula. Peter packt pausenlos Prima-Picknick-Pakete für das Picknick von Nick und Paula. Der ist auch nicht schwierig. Komm, gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Uh, ja. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. 20 zerquetschte Zwetschchen. Und 20 zerquetschte Zwetschchen sind 40 zerquetschte Zwetschchen. Soll ich das so sagen, wie du es gesagt hast? Versuch es mal richtig. Okay, also ich mache es jetzt wieder so. Ich visualisiere es einfach. 20 zerquetschte Zwetschchen und 20 zerquetschte Zwetschchen sind 40 zerquetschgen. Selbst wenn man es visualisiert, geht es nicht. Warte mal. Ich sehe im Kopf nur Flaumen. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Meine Zunge ist schon so verknotet. Also 20 zerquetschte Zwetschchen und 20 zerquetschte Zwetschchen sind 40 zerquetschge. Weißt du, es liegt an dem 40, was auf einmal reinkommt. Du musst was trinken. Nein. 20 zerquetschte Zwetschchen und 20 zerquetschte Zwetschchen sind 40 zerquetschte Zwetschchen. Ja, es klingt immer so einfach, aber es ist gar nicht so einfach. Ich habe noch einen kleinen für dich. Den kann ich auch auswendig. Aus dem Sprechunterricht natürlich. Also, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Also einmal ist der Postkutscher aus Potsdamberg und einmal der aus Cottbus. Okay, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten. Achso, den Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Ja, du hast dich ein bisschen da reingelegt, weil du hast eine Sache umgedreht. Ich sage es einmal vor noch. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Soweit klar. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Genau, sehr gut, so läuft das der Weg. Mein Gott, meine Fresse. Den Rest wollen wir gar nicht machen. Ich möchte noch einen zum Besten geben. Ich hoffe, aber den habe ich wirklich geübt. Eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame... Nochmal. Also, eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame den dicken Diener, ob der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trägt. Da trug der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankte die dicke Dame dem dicken Diener, dass der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trug. Geil. Der Hammer. Yeah. Meinen Respekt. Dankeschön. Eva, es war mir eine Ehre und eine ganz große Freude, dich hier zu haben. Ich spende ja immer 100 Euro an Leute, Bedürftige, Familie. Hast du jemanden, denen du das Gutes tun möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne einen Verein, der auch ganz toll ist. Da mache ich auch selber bei Aktionen mit. Also, ich moderiere zum Beispiel teilweise so Tombola-Abende. Der heißt Stiftung Kinderjahre. Der ist in Hamburg und die kümmern sich um sozial benachteiligte Kinder. Weil wir denken ja oft immer in Deutschland, ja, allen geht es gut. Aber das sind zum Beispiel Kinder, die haben dann keine vernünftigen Schuhe, um im Winter zur Schule zu gehen. Also, denen fehlen einfach Winterstiefel und gehen sonst in Turnschuhen raus. Also, es gibt da wirklich Bedarf. Oder wenn ein Kind aus einer ärmeren Familie halt wirklich begabt ist, dann bieten die Kurse an, wo man Geige spielen lernen kann. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und die begleite ich schon seit 15 Jahren. Also, die sind echt toll. Und denen spende ich sehr gerne 100 Euro. Okay, ja, unfassbar, dass Kinder Schwul brauchen oder Musikinstrumente, ne? Ja. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Das war The Outtakers für diese Woche. Mein Gast war die wunderbare Eva Habermann. Und nicht vergessen, abonniert die Scheiße!